Was ist der Gesandte Allah? In der wir inshallah heute das erste Kapitel abschließen möchten und so sagen wir, der Autor sagt als weiteren Beleg und Bestätigung des Tauhid, die Aussage von Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud, r.a. sagte, Derjenige, der das Vermächtnis oder das Testament, das von Muhammad s.a.w. lesen möchte, über das er seinen Stempel gesetzt hat. Der soll die folgende Aussage des Erhabenen lesen und das ist der Vers, den wir schon behandelt haben, wo Allah s.a.w. sagt, Sag, kommt her, ich will euch verlesen, was euer Herr euch verboten hat. Und dieser Vers ist der 151. Vers, den wir letztens behandelt haben, von Sultan Al-An'am, S.a.w. und geht bis zum Vers, وَأَنَّ هَذَا سُرَاطٍ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُواهُ Zum Vers 153, und er hat euch anbefohlen, dies ist mein Weg ein Gerader, so folgt ihm. Das sind die, das ist das Vermächtnis oder das Testament von Muhammad s.a.w., das er uns hinterlassen hat. Und die Aussage von Ibn Mas'ud, r.a.w. man erade, derjenige, der möchte, ist eine Art und Weise, wie er den Wunsch erweckt von denjenigen, die ihm zuhören, so dass sie, natürlich, denn jeder möchte hören, was das Vermächtnis des Propheten s.a.w. ist, aber er ist in Form, nicht in einer Befehlsform zu machen, erweckt Wunsch in demjenigen, der ihm zuhört. Dann, die Aussage von Abdullah ibn Mas'ud, er sagte, die Wasiyah von Muhammad s.a.w. Gemeint ist, der Gesandte Allah s.a.w. Muhammad ibn Abdullah al-Hashimid al-Qurashid, also der Hashimid und der Stamm Quraysh s.a.w. Und die Aussage von Abdullah ibn Mas'ud, wo er gesagt hat, Muhammad s.a.w. weist daraufhin, dass man den Propheten s.a.w. beim Namen nennen darf, und dass man nicht sagen muss, Rasulullah oder Nabiullah s.a.w. Und das widerspricht nicht der Aussage Allah s.a.w., wo er doch gesagt hat, in Surah Al-Nur, Surah 24, sagt er im Vers 63, لا تجعلوا دعاء رسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا Erachtet nicht den Aufruf des Gesandten unter euch, wie den Aufruf eines von euch an die anderen. Da hat Allah s.a.w. verboten, dass man den Gesandten Allah s.a.w. ruft und sagt, ja, Muhammad. Sondern man muss sagen, ja, Rasulullah oder ja, Nabiullah, das sind die besten Ausdrücke, die man verwenden wollte. Man durfte ihn nicht beim Namen nennen. Aber was hier Abdullah ibn Mas'ud gemacht hat, radiallahu anhu, er hat den Propheten s.a.w. nicht beim Namen gerufen, sondern hat ihn beim Namen genannt. Und das darf man. Man darf sagen, Muhammad s.a.w., aber man darf ihn nicht nennen. Also gilt das nicht mehr für uns. Und die Aussage, über das er seinen Stempel gesetzt hat, oder über das sein Stempel ist, ist wie eine Unterschrift. Das ist damit gemeint. Und die Aussage Vermächtnis, Wasiyah oder Testament, damit ist gemeint, oder damit ist nicht gemeint, etwas, was geschrieben ist, denn der Gesandte Allah s.a.w. hat nichts hinterlassen, was geschrieben worden ist, sondern gemeint ist damit eine Sache, die noch gültig ist und nicht abrogiert worden ist. Und ein Beispiel dafür, ein Beweis dafür, dass der Prophet s.a.w. nichts schriftlich hinterlassen hat, ist die Aussage von Abu Juhayfa, r.a.w. oder r.a.w. er sagte, also er fragte Ali ibn Abi Talib, r.a.w. er fragte ihm, Hal ahida ilaikum unnabiyu s.a.w. a.w. 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 Die Viertel hat natürlich schon angefangen, kurz nachdem der Prophet s.a.w. gestorben war, also relativ kurz danach. Sie fragten, einige Leute fragten Ali, r.a.w. a.w. hat der Gesandte Allah s.a.w. euch etwas anvertraut, bzw. euch mit etwas beauftragt. Und wer ist Ali ibn Abi Talib, ist einer von der Familie des Propheten s.a.w. a.w. a.w.? Der Fragende möchte wissen, gibt es irgendetwas, wodurch die Familie des Propheten s.a.w. a.w. a.w. ausgezeichnet ist gegenüber den anderen Menschen? Irgendwie, dass sie, weil sie die Familie des Propheten s.a.w. a.w. 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 zum Beispiel bestimmte Sachen nicht machen müssen, oder dass sie irgendwie unfehlbar sind oder ähnliches? Hat der Prophet s.a.w. a.w. 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 a.w.? Erschaffen hat. Es sei denn eine Sache, die Allah s.a.w. a.w. 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 gibt, ein Verständnis in Bezug auf das Koran. Es sei denn ein Verständnis im Koran. Das heißt, jeder Mensch, es kann sein, dass Allah s.a.w. a.w. a.w. einem Gelehrten Verständnis gibt über einen bestimmten Vers im Koran, was einem anderen nicht gegeben hat. Ein bestimmter Gelehrte liest einen Vers und verschät daraus etwas und leitet daraus ein Gesetz ab, was ein anderer nicht kann. Bei einem bestimmten Vers. Und der andere bei einem anderen Vers kann er etwas, was der erste nicht konnte. Und so weiter und so. Allah s.a.w. a.w. 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 gibt einem Ideen. Gibt einer bestimmten Person eine Idee und er gibt einer bestimmten Person keine Idee. Z.B. manchmal findet man Hadithe, die widersprüchlich erscheinen. manchen Gelehrten öffnet Allah ein Tor des Wissens so dass sie die Hadithe dass sie sehen, dass die Hadithe nicht widersprüchlich sind ok, und andere sagen sie sind widersprüchlich und deswegen sagen sie der eine muss abrogiert sein, auf jeden Fall das sind bekannte Gründe für meine Verständnis unter den Ulama, nicht jeder Gelehrte hat so viel Wissen bekommen wie ein anderer die Menschen, die Gelehrten sind verschiedene Stufen an Wissen, ja, und Allah sagt über jeden derjenigen der Wissen hat, gibt es jemanden der Wissen hat und er sagte er sagte also ich schwöre bei nein, ich schwöre bei demjenigen, der die Samenkorne spaltet und derjenige, der das Lebendige erschafft also er hat uns mit nichts Besonderes ausgezeichnet oder anvertraut oder auftragt, es sei denn eine Sache es sei denn ein Verständnis in Bezug auf das Koran, das kann sein dass eine bestimmte Person sei es von der Familie des Propheten oder anderen kann es sein, dass sie bestimmte Sachen besser verstehen als andere, kann es sein und und er sagt und auch was in diesen Schriftblättern steht er hat Schriftblätter gehabt das ist eine Sache, wodurch bestimmte Personen, wie er ausgezeichnet worden ist gegenüber anderen, die die Schrift eben nicht gehabt haben und dann sagte, dann wurde er gefragt und was steht in diesen Schriftblättern drin sagt er er wurde gefragt was steht in diesen Schriftblättern drin er sagte erstens gemeint ist hier damit die Regelungen über das Blutgeld das Blutgeld und auch, das Blutgeld heißt wenn jemand den anderen umgebracht hat, was geschieht in diesem Moment oder wenn eine Person einen anderen so verletzt hat, dass er seine Hand verloren hat oder einen Finger verloren hat all das geht zum Regelungen wie viel Blutgeld man bezahlen muss das ist alles er steht da drin das heißt darüber, gemeint ist darüber dass man die Gefangenen freilassen soll und wie gut das ist und so weiter, dass man die anspornt muslimin so etwas zu tun und dass kein Muslim wegen einem Kafir umgebracht werden darf also wenn ein Muslim allgemein wenn ein Muslim einen Kafir umgebracht hat auch wenn absichtlich war wird er im Islam nicht hingerechnet dafür sondern nur wenn ein Muslim einen Muslim hingerechnet hat und bei dem Zimmi gibt es Iktilaf also wenn ein Muslim einen Zimmi umgebracht hat gibt es meine Verschiedene mit den Ulamen wie dem auch sei deswegen darf man nicht denken dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam irgendwie etwas aufgeschrieben hat ein Testament oder ein Vermächtnis aufgeschrieben hat und bestimmten Leuten gegeben hat sondern was Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu arda meint ist hier einfach ein Vermächtnis im übertragenen Sinne denn das ist das was der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam hinterlassen hat und diese Verse die wir letztes Mal gelesen haben beinhalten praktisch die wichtigsten Glaubensinhalte die wichtigsten überhaupt im Tauhid qulta'alau atluma harrama rabbukum alaikum ala tushriku bihi shay'a euch ist verboten worden dass ihr ihm etwas beigesellt Shirk begeht insofern das ist der wichtigste Tarih und dann noch andere Verbote wie Sina das Töten von unschuldigen Menschen und so weiter und so fort und deswegen sagt der Gelehrte der dieses Buch erklärt er sagte diese sind edle oder gewaltige Verse wer sie verinnerlicht und danach handelt der erreicht diese drei folgenden Eigenschaften und zwar al-Aql er bekommt Verstand und Tadhakkur er wird sich bewusst machen und er wird sich erinnern lassen oder ermahnen lassen und Taqwa erhält die Gottesfurcht von Allah subhanahu wa ta'ala dann kommt dann erwähnt der Autor des Buches einen weiteren Hadith der den Tauhid den wir als Muslime für uns verinnerlichen bestätigt und die Gewaltigkeit dieses Tauhid hervorhebt er sagte und er sagte jetzt im folgenden Hadith und der Hadith übrigens wo Ali gefragt wird ob sie mit etwas bestimmtes beauftragt worden sind der Hadith ist bei Al-Bukhari ok dann sagte der Autor er sagte ich war der Mitreitende mit dem Propheten auf einem Esel dann sagte er zu mir ja Mu'ad oh Mu'ad weißt du was das Recht Allahs gegenüber den Dienern ist und was das Recht der Diener gegenüber Allah ist er sagte ich sagte Allah und sein Gesandter wissen besser Bescheid er sagte das Recht das Recht gegenüber den Dienern den Sklaven also den Menschen und den Jinn gemeint ist dass sie ihm alleine dienen und ihm nichts beigesellen keinen Schirk begehen keinen Polizismus keine Vielgötterei kein Götzendienst und er sagte und er sagte und das Recht der Diener ist in Bezug auf Allah dass er niemanden bestraft der keinen Schirk begeht dass er niemanden bestraft der keinen Schirk begeht dann sagte Mu'ad er sagte oh Gesandter Allah soll ich den Menschen nicht diese Frohe Botschaft verkünden und er sagte Nein verkünde es ihnen nicht denn dann verlassen sie sich darauf und der Hadith ist bei Al-Bukhari und bei Muslimen die Aussage in dem Hadith von Mu'ad dass er geritten ist mit dem Propheten sondern auf einem Esel gemeint ist hier häuslicher Esel es gibt zwei Arten von Esel es gibt häusliche Esel Himar Ahli und es gibt wilde Esel Himar Wahchi und die wie heißt es auf wilden Eseln reitet man nicht man reitet nur auf häusliche Esel und er sagte welche Esel darf man nichts reiten es geht nicht man darf man kann nicht wilde Esel sind wilde Tiere man kann nicht auf diesen reiten ich bin noch nie auf einen gerettet dann sagt er die Aussage des Propheten weißt du was das Recht Allahs gegenüber den Dienern ist das heißt was Allah ihnen zur Pflicht gemacht hat und was sie und wie sie sich gegenüber Allah zu verhalten haben na und das hat der Propheten als Frage gestellt weißt du was das Recht Allahs gegenüber seinen Dienern ist warum damit er sich jetzt ganz konzentriert auf die Antwort die er bekommen wird denn wenn man jeder von uns weiß wenn man jemanden ruft und ihm sagt irgendeine Aussage sagt dann kommt sehr oft die Antwort wie bitte was hast du gesagt weil man nicht bewusst war was er gesagt hat aber wenn man jemanden erstmal ruft beim Namen zum Beispiel und dann auch noch fragt weißt du kennst du dich über das und das aus dann sagt er nein und dann wartet er auf eine Antwort dann ist er schon konzentriert auf das was er jetzt hören wird und das hat der Gesandte Allahs gemacht denn er war der beste Lehrer und er musste auch dafür sorgen dass er nicht falsch verstanden wird weil wenn er falsch verstanden würde das wäre eine Katastrophe dann und was ist das Recht der Diener gegenüber Allah damit ist gemeint naam das heißt wie Allah die Diener behandeln wird wenn sie das erfüllen was Allah von ihnen verlangt hat aber hier ist nicht damit gemeint dass Allah es sich zur Pflicht gemacht hat also allgemein nichts ist Pflicht für Allah aber er macht sich selbst Sachen vielleicht zur Pflicht aber es ist nicht so dass jemand wie heißt es von Allah etwas verlangen kann sondern Allah er spricht die Wahrheit und er hält sich an das was er versprochen hat und uns geben wird inshaAllah seine Versprechen hält er und deswegen hat Allah weil niemand macht ihm etwas zur Pflicht hat er sich selbst folgendes auferlegt er sagt subhanahu wa ta'ala im Surah An'am Seite 134 die sechste Sura Vers 54 Euer Herr hat sich selbst Barmherzigkeit vorgeschrieben Euer Herr hat sich selbst Barmherzigkeit vorgeschrieben wer von euch in Unwissenheit Böses tut aber danach dann bereut und es wieder gut macht so ist Allah oder so ist er allvergebend und barmherzig subhanahu wa ta'ala und so hat er sich selbst die Barmherzigkeit auferlegt für denjenigen der etwas Übles tut in Unwissenheit das heißt weil er einfach nicht den vollkommenen Verstand hatte und nicht wusste was er richtig tun soll und hat danach bereut und danach auch wieder rechtschaffende Taten getan nahm und die Aussage von dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam an ya'buduhu dass also dass das Recht Allahs gegenüber den Dienern ist dass sie ihm dienen für ihn Ibadah machen ok und damit ist gemeint wie wir schon mal gesagt haben dass sie sich für ihn erniedrigen indem sie ihm gehorchen dass sie sich für ihn erniedrigen klein machen und Allah subhanahu wa ta'ala gehorchen das ist mit Ibadah gemeint weil man macht alles was Allah subhanahu wa ta'ala von einem verlangt hat und ist nicht so überheblich wie Ibris Ibris sein großes Kolin war dass er überheblich war Kibber gehabt hat und dass sie ihm nichts beigesellen wala yushriku bihi shay'a das heißt in Bezug auf die Gottesdienste und alles was mit dem Schirk zusammenhängt und alles was mit dem Schirk zusammenhängt und überall und alle Dinge die in Bezug auf den Schirk verboten sind und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam es auch allgemein gesagt dass ihm nichts nichts beigesellen nichts und wenn nichts gesagt wird ist es ein allgemeiner Ausdruck und er bleibt allgemein und beinhaltet alles und beinhaltet sowohl die Gesandten also man darf weder Allah subhanahu wa ta'ala einem Gesandten beigesellen oder einem Propheten oder einem Engel oder einem nahestehenden Allahs was man Wali heißt nahestehender Allahs oder irgendwelche anderen Sachen dann sagte er dann sagte er und das Recht der Diener in Bezug auf Allah ist dass er sie nicht bestraft oder dass er niemanden bestraft der ihm nichts beigesellt und das ist ein Recht das Allah subhanahu wa ta'ala uns gegeben hat aus seiner Gunst heraus subhanahu wa ta'ala und niemand hat es ihm zur Pflicht gemacht und niemand darf denken dass die Aussage vom Propheten derjenige der ihm nichts beigesellt dass er damit dass er gemeint dass jemand gemeint ist der einfach Allah nichts beigesellt und dass es nichts zu tun hat mit dem Gottesdienst den man verrichten muss gemeint ist manche Leute denken wenn sie Allah nichts beigesellen das heißt niemanden anbeten außer Allah subhanahu wa ta'ala und auch in allen Bezug Arten von Tauhid dann denken sie dass sie dann auf jeden Fall schon gemeint sind in diesem Hadith nein in diesem Hadith ist gemeint aya'buduhu wa la yashriku bihi shayya dass sie ihm dienen und ihm nichts beigesellen zwei Sachen es reicht nicht einfach Allah nichts beigesellen sondern die Taten müssen auch folgen die Taten müssen auch dementsprechend folgen gemäß dem was man glaubt gemäß dem was man eben gesagt hat dass man Allah nichts beigesellt und wenn man ihm nichts beigesellt das heißt man dient ihm ganz alleine wer ihm alleine nicht dient hat den Tauhid nicht umgesetzt die Frage was ist mit jemandem der jemandem der wie heißt es Allah subhanahu wa ta'ala nicht anbetet und ihm nicht beigesellt wird er bestraft gemäß diesem Hadith die Antwort lautet ja gemäß diesem Hadith wird er bestraft denn erstens heißt es ein Recht der Diener in dem Hadith haben wir vorgelesen ein Recht der Diener und damit ist gemeint das sind Diener das sind Leute die Allah subhanahu wa ta'ala dienen die werden nicht bestraft aber diejenigen die Allah nicht dienen die werden bestraft zweitens dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam diese Aussage gesagt hat dass sie ihm dienen und ihm nichts beigesellen und dann weiß man dass mit der Aussage und ihm nichts beigesellen gemeint ist in Bezug auf die Dienerei in Bezug auf die Gottesdienste und das heißt in Bezug auf die Gottesdienste die sie verrichten das heißt sie tun etwas in Bezug auf die Gottesdienste die sie verrichten gesellen sie Allah nichts bei ok beten sie Allah subhanahu wa ta'ala alleine an und das weist darauf hin dass mit der Aussage und sie gesehnen nichts bei in Bezug auf die Gottesdienste insbesondere gemeint sind weil das war auch der größte Konflikt zwischen den Propheten sallallahu alaihi wa sallam und den damaligen Arabern sie haben ja Allah subhanahu wa ta'ala andere Götter beigesellt in Bezug auf die Gottesdienste na dann die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wa sallam oder überhaupt die Aussage einer Frohbotschaft Al-Bishara auf Arabisch weil Al-Bishara sagte soll ich den Menschen nicht diese Frohbotschaft verkünden und ihnen das mitteilen wer kein Schirk begeht wird nicht bestraft werden soll ich das den Menschen sagen und diese Aussage ist ja eine Frohbotschaft ja und wie gesagt er sagte la tu basheru hum das heißt verkünde es ihnen nicht verkünde es ihnen nicht und worauf ich nur hinweisen will dass für diejenigen die es interessiert das Wort Bishara auf Arabisch wird sowohl verwendet für Sachen die gut sind also ich verkünde dir das Paradies zum Beispiel oder auch für schlechte Sachen verbeschir hum bi'adha bin alim wie Allah sagt und verkünde ihnen schmerzhafte Strafe verbeschir hum bi'adha bin alim und sofern das Wort wird für Übles und für Gutes verwendet aber meistens für gute Sachen verwendet Bishara als Frohbotschaft wird es meist verwendet und deswegen ist die Bedeutung des Hadithes oder die Aussage des Propheten verkünde es ihnen nicht also und das ist ein Verbot es ihnen den Menschen einfach so zu verkünden und die Bedeutung des Hadithes ist dass Allah subhanahu wa ta'ala niemanden also bestraft der ihm nichts beigesellt und dass die Sünden die ein Diener begeht dadurch vergeben werden indem man den Tawhid umsetzt und dass die Sünden vergeben werden wenn man den Tawhid richtig umsetzt und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat es ihm verboten den Menschen einfach zu verkünden diese Sache damit sie sich nicht auf diese Frohbotschaft verlassen und nicht das um und dann dabei vergessen das umzusetzen was sich daraus ergibt man denkt man gesellt Allah also nichts bei und dann und dann wie heißt es begeht man vielleicht nicht die Gottesdienste die man hätte vorher die man vorher verrichtet hätte man würde die Taten unterlassen und dann würde man nicht mehr unter die Kategorie fallen die der Prophet den er hier die Frohbotschaft verkündet denn man sagt Sünden also Sünden überhaupt was ist der Ursprung von Sünden normalerweise der eigene die eigene schlechte Neigung Al-Hawa die eigene schlechte Neigung der Mensch neigt zum Schlechten oft in vielen Dingen neigt er zum Schlechten zum Beispiel er neigt dazu aus Faulheit ein Gebet nicht zu verrichten eher als ein Gebet zu verrichten normalerweise und insofern sind die meisten Sünden aus der persönlichen Neigung aus der eigenen Neigung Al-Hawa und Allah subhanahu wa ta'ala hat davor gewarnt dass man seiner eigenen Neigung immer folgt denn die Neigung führt meistens zu üblen Sachen wie er deswegen sagt der subhanahu wa ta'ala auf Seite 501 Surah 45 sagt er Vers 23 Was meinst du wohl zu jemandem der sich als seinen Gott seine Neigung genommen hat der sich als seinen Gott seine Neigung genommen hat also wenn jemand immer nur seiner eigenen Neigung folgt und sagt ich möchte nicht den Islam annehmen weil du hast verboten weil 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 dann wirklich seine Neigung ist sein Gott geworden weil er folgt seiner Neigung oder der Schaitan oder was auch immer und na inwiefern was war der Grund warum der Autor diese Verse und diese Hadithe erwähnt hat denn daraus ergeben sich wunderbare Vorteile die wir inshaAllah uns anschauen möchten und zwar ziemlich genau 24 Stück an der Zahl und zwar er hat diese Hadithe und diese Verse erwähnt um die Vorzüglichkeit des Tawhide zu verdeutlichen und hervorzuheben und dass der Tawhid wenn man ihn richtig umsetzt ein Grund dafür ist dass man bei Allah subhanahu wa ta'ala nicht bestraft wird erstens Vorteile oder Dinge die man aus diesen Versen die wir erwähnt haben in den letzten Unterrichten erschließen kann erstens die Weisheit die dahinter steckt dass Allah subhanahu wa ta'ala die Jinn und die Menschen erschaffen hat und dies ist entnommen aus der Aussage Allahs ich werde jetzt nicht nochmal erwähnen welche Stellen das waren die Aussage Allahs ich habe die Jinn und die Menschen nur erschaffen damit sie mir dienen nur erschaffen damit sie mir dienen surat al-Dariyat und die Weisheit die dahinter steckt ist eben dass Allah subhanahu wa ta'ala dienen soll und nicht eben dass man dieses Leben genießt indem man isst und trinkt und heiratet und sonst etwas macht das ist nicht der Sinn dieses Lebens das ist ein Sinn dass man überlebt man muss essen, trinken, schlafen heiraten überleben die Menschen überleben aber nicht damit sie das ist nicht der Grund der Erschaffung das ist der Grund warum sie erschaffen worden sind zweitens das Ibadah der Gottesdienst schlechthin ist der Tawhid umzusetzen das ist gemeint mit Gottesdiensten überhaupt denn die Gottesdienste sind auf dem Tawhid aufgebaut oder die Gottesdienste basieren auf dem Tawhid wer nicht den Tawhid umsetzt der islamische Monotheismus wenn man das so übersetzen darf wer das nicht umsetzt dessen Gottesdienste sind in Wirklichkeit keine richtigen Gottesdienste und gerade deswegen weil wir haben erwähnt dass die Aussage Allah subhanahu wa ta'ala und ich habe die Jinn und die Menschen nur erschafft damit sie mir dienen dass es in manchen Tafsir heißt es damit sie damit sie den Tawhid umsetzen oder damit sie mich als den einen verehren oder ähnliches also auf jeden Fall den Tawhid umsetzen und der Beweis dafür dass eine Tat nichtig ist also nichts wert ist wenn man sie verrichtet für jemand anderes außer Allah subhanahu wa ta'ala ist der Beleg bei Muslim wo der Gesandt Allah sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat in Hadith Qudsi er erzählt uns in Hadith Qudsi Allah der Ahabin hat gesagt ich bin derjenige der den Schirk von allen Teilhabern am wenigsten braucht ich bin derjenige der den Schirk von allen Teilhabern am wenigsten braucht also wenn jemand Allah subhanahu wa ta'ala den Teilhaber macht und sein Gebet macht für Allah und für den und für den dann sagt Allah ich bin derjenige von diesen allen der dieses Gebet am wenigsten braucht wer eine Tat begeht und mich darin zum Partner macht also mit anderen den werde ich verlassen und seinen Schirk ebenfalls den werde ich verlassen und seinen Schirk ebenfalls und der Autor sagte in Bezug auf den zweiten den zweiten Vorteil den man aus aus den Versen und den Hadithen die wir genannt haben schließen kann er sagte das heißt dass der Gottesdienst ist der Tauhid in Wirklichkeit ist der Tauhid denn darum geht es überhaupt im Streit denn darum geht es überhaupt im Streit und gemeint ist im Streit zwischen den Propheten und den Quraish denn die Quraishiten haben an Allah geglaubt und haben Allah sogar angebetet und haben sogar die Kaaba gehabt das war das Haus Allahs schon immer und sie haben auch Tawaf gemacht um die Kaaba für Allah und sie haben auch wie heißt es gebetet und sie haben auch andere Gottesdienste verrichtet aber nicht mit Ikhlas also nicht für Allah alleine das war der Unterschied und deswegen ist es so als hätten sie nichts getan und deswegen ist es so als hätten sie nichts getan und Allah subhanahu wa ta'ala sagte in Surat al-Tauhba als Beweis dafür dass ihre Taten nicht angenommen werden weil sie Allah etwas beigesellt haben weil sie den Shirk begangen haben sagt Allah in Seite 195 in Surat al-Tauhba Surat al-Tauhba er sagt es a'udhu billahi min shaykh wa rujim er erwähnte einige Sachen aber das wichtigste ist folgendes um nichts anderes Vers 54 um nichts anderes verhindert dass ihre Ausgaben von Allah angenommen werden ihre Sadaqa ihre Spenden angenommen werden von Allah als dass sie Allah und seinen Gesandten verleugnen als dass sie Allah und seinen Gesandten verleugnen der dritte Vorteil den man aus diesen Hadithen und Versen schließen kann ist darin befindet sich in dem was wir gesagt haben befindet sich oder er sagt der dritte Vorteil ist wer den Tauhid nicht umsetzt der hat Allah in Wirklichkeit nicht angebetet und nicht ihm gedient er sagte er sagte und darin befindet sich auch die Bedeutung der Aussage Allah und ihr betet nicht an was ich anbete und ihr betet nicht an was ich anbete also normalerweise würde man doch denken sie beten doch Allah an die die und sie beten Allah an und andere aber der sagt hier sollte er sagen zu den Qurayshiten ihr betet in Wirklichkeit ihr betet gar nicht Allah an wie ich das verstehe weil ihr macht Schirk deswegen euer Gottesdienst ob ihr tut oder nicht tut ist egal es wird sowieso nicht angenommen werden der vierte Errungenschaft aus diesen Hadithen und Versen die Weisheit die dahinter steckt dass Allah die Gesandten entsandt hat denn wir haben den Vers erwähnt dass Allah gesagt hat und wir haben in jeder Gemeinschaft einen Gesandten entsandt dass ihr Allah dienen sollt und den Götzendienst meiden sollt also ist die Weisheit der Entsendung der Gesandten immer gewesen zu Allah alleine aufzurufen und dass man den Schirk und Tarut wir haben geredet über Tarut was bedeutet und so weiter dass man das vermeidet aus dem Weg geht fünftens die fünfte Errungenschaft an risalata ammat kulla ummah dass eben die Botschaft von Allah zu jedem Volk gelangt ist dass die Botschaft von Allah zu jedem Volk gelangt ist denn wir haben gesagt Allah hat gesagt wahrlich und wir haben wahrlich in jeder Gemeinschaft einen Gesandten oder unter jeder Gemeinschaft einen Gesandten erweckt einen Gesandten erweckt die sechste Errungenschaft die sechste Errungenschaft ist dass die Religion der Propheten eine einzige ist und das ist wieder aus dem gleichen Vers wie wir gerade erwähnt haben und auch die Aussage Allah subhanahu wa ta'ala und wir haben vor dir keinen Gesandten entsandt es sei denn wir haben ihm eingegeben dass es keinen Gott gibt außer mir so dient mir also jedem Propheten jedem Gesandten hat Allah das eingegeben und somit ist die Religion von allen Propheten eine einzige gewesen der Glaube von allen Propheten war alle eine einzige und das widerspricht nicht der Aussage Allah subhanahu wa ta'ala in Surat Al-Ma'ida wo er sagte und das manche Leute vielleicht verwechseln sie das Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat Al-Ma'ida Surat Nr. 5 Vers 48 für jeden von euch haben wir ein Gesetz und einen deutlichen Weg festgelegt für jeden von euch haben wir ein Gesetz und einen deutlichen Weg festgelegt also es kann sein dass in der Religion in der Scharia von Musa andere Gesetze gegolten haben als in der Scharia von Muhammad und wir wissen dass zum Beispiel Musa musste nicht in seiner Gemeinschaft fünf Gebete verrichten das wissen wir aus dem Hadith von Israel wo der Professor Musa gesagt hat dass es jetzt fünf Gebete sind und dann sagt er noch mal zu Allah gehen und ihm noch mal darum bitten dass es noch verringert wird denn er hat das schon mit den Kindern Israels ausprobiert und es hat nicht geklappt fünf Gebete waren auch schon zu viel also wissen wir dass die Kinder Israels waren weniger Gebete auferlegt und das kann sein dass die Gesetze unterschiedlich waren und wir wissen mit Gewissheit dass Dinge den Muslimen zur Zeit von Musa verboten waren die zur Zeit von Isa dann wieder erlaubt worden sind das heißt und damit Isa sagt und damit ich euch einen Teil dessen was euch verboten worden war wieder erlaubt das ist ein Beweis dafür dass es kann sein dass in der Scharia von Musa oder der Scharia von Isa und der Scharia von Mohammed unterschiedliche Gesetze gegeben hat unterschiedliche Gesetze gegeben hat aber nicht der Glaube aber nicht der Glaube sondern der Glaube war ein einziger und der Beweis dafür ist nochmal deutlich zu sehen wie heißt es in Seite 448 in Surat sagte Er hat euch von der Religion festgelegt was er Nuh anbefalt und was wir dir als Offenbarung eingegeben haben und was wir Ibrahim Musa und Isa anbefahlen haltet die Vorschriften der Religion ein und spaltet euch nicht in Gruppen und warum diese 5 Propheten erwähnt weil das sind die 5 standhaftesten Propheten man sagt die besten Propheten wir sind Allah mit diese Mohammed Musa Isa Ibrahim und Nuh genau und der Beste von ihnen ist Mohammed und der Beleg dafür ist dass der Prophet gesagt hat also ich bin der Führer der Söhne Adams und das sage ich nicht aus Überheblichkeit ohne Überheblichkeit und der Beweis dafür ist auch die vielen Vorzüge die erhalten wird am Tag der Auferstehung besonders die große Fürsprache von ihm und das widerspricht nicht der Aussage des Propheten zieht mich nicht über Moses sondern die Gehrter haben gesagt es eine Art von Bescheidenheit von Propheten von ihm aber seine Aussage ich bin der Führer der Söhne Adams musste er sagen denn er ist der Verkünder der Botschaft von Allah und wer sollte er sagen wenn er es nicht sagt nach ihm kommt niemand mehr dass er das sagen kann niemand kommt nach Propheten um ihn zu loben deswegen musste er das selbst verkünden die siebte Angelegenheit die sich ergibt ist er sagt der Autor Er sagte und zwar dass die Dienerschaft in Bezug auf Allah oder das Dienen Allahs wird erst richtig umgesetzt wenn man die Götzen und die falschen Götter leugnet und die falschen Götter leugnet und sagt die sind einfach falsche Götter die sind gar keine wahren Götter erst dann denn wer Allah anbetet und ihn alleine anbetet aber trotzdem an andere Götter glaubt im Herzen dann ist er kein Wahid dann hat er nicht den Tauhid umgesetzt überhaupt nicht und deswegen hat der Autor gesagt das hat er die große Angelegenheit bezeichnet Naum Vorsicht oder Hinweis man darf nicht über eine bestimmte Person sagen sie ist Muschrik oder diese Person ist Kafir oder diese Person ist Mal'un verflucht man darf nicht auf eine bestimmte Person zeigen und das sagen darf man nicht denn damit eine Person wirklich Muschrik wird oder Kafir wird oder verflucht wird Mal'un wird Kafir Ungläubig und Muschrik ein Götzendiener wird dafür gibt es Ursachen und es gibt auch Hinderungsgründe es gibt Ursachen und es gibt Hinderungsgründe und das will ich jetzt kurz erläutern zum Beispiel eine Ursache dafür dass man verflucht wird von Allah und dem Prophet zusammen wenn man zum Beispiel Zinsen nimmt oder gibt denn der Prophet hat gesagt Allah hat verflucht den der Zinsen verschlingt und der sie aufschreibt und der sie gibt und der es bezeugt also das heißt das sind Ursachen dafür dass man die La'na den Fluch von Allah erhält gut aber es gibt auch Dinge die dazu führen was man diesen Fluch trotzdem nicht erhält wie zum Beispiel Unwissenheit oder zum Beispiel Schubha wenn es dir nicht klar war dir war nicht klar ist das Zinsen oder nicht Zinsen denn es gibt wenn wir Angelegenheiten über Riba die sind nicht für die meisten Leute so eindeutig für die meisten Leute nicht eindeutig die meisten Leute denken Zinsen ist nur dass ich Geld gebe und mehr Geld verlange oder umgekehrt ich gebe mehr ich verlange mehr Geld als ich gegeben habe manche Leute denken das die einzige Form von Zinsen ist aber nicht und deswegen es gibt Sachen die sind den meisten Leuten nicht klar und das sind Hinderungsgründe dafür dass man die La'na erhält der Fluch erhält man hätte eben nicht und ebenso der Schirk denn es kann sein dass manche Leute Schirk begehen aber man hat ihnen noch nicht klar gemacht und deutlich gemacht dass das was sie tun eine Form des Schirk ist weil zum Beispiel ihre Gelehrten zu wenig dafür getan haben dass sie dieses Wissen erlangen das kann sein und ebenso umgekehrt bei den positiven Dingen der Prophet hat gesagt Wer Ramadan durchfastet an ihn glaubend und nach Belohnung strebend hoffend dem wird seine Sünden vergeben die er begangen hat seine vergangenen Sünden alle vergeben wenn jemand jetzt gefastet hat und sagt ich habe daran geglaubt und sagen wir über die Person jetzt ihre Sünden sind vergeben worden nein machen wir nicht genau das gleiche machen wir nicht denn genauso das ist eine Ursache dafür dass einem vergeben wird aber es gibt auch Hinderungsgründe dafür dass einem nicht vergeben wird unter anderem dafür dass man nicht richtig gefasst hat oder Allah weiß am besten Bescheid oder manche Leute sie beten nicht sie fassten Ramadan und glauben daran aber sie beten nicht dann diese Person ihre Taten sind nicht und der Beweg dafür ist dass der Professor gesagt hat am Tag der Auferstehung hat er gesagt die ersten Taten für die man zur Rechenschaft gezogen wird das ist Gebet das heißt wenn es richtig war dann sind alle anderen Taten auch richtig gültig und angenommen und wenn es nicht war dann sind alle anderen Taten auch nicht richtig insofern ist ein Beweis das hat nichts mit Iman und Kufr zu tun hat damit nichts zu tun es hat nur damit zu tun wer fastet und nicht betet er kann davon ausgehen dass sein Fasten nichts bringt was sagen wird zu dieser Person du brauchst auch nicht fasten weiter weil inshallah eines Tag wird er beten und dann ist er dran gewohnt zu fasten nicht dass man sagt du brauchst zu beten genauso wenn wir jemanden vorfinden dass er auf einem Weg wo die Menschen laufen sein Geschäft verrichtet der Professor hat gesagt das heißt verfürchtet euch vor den euch fluchenden das heißt es gibt Dinge wie man die tut man wird verflucht aber von wem von den Menschen denn wenn jemand läuft zu einem Weg und möge uns bewahren davor und dann auf eine Unreinheit tritt oder so dann kann es sein dass aus seinem Zorn heraus du macht gegen die Person die das getan hat oder flucht gegen die Person die getan hat und deswegen hat er das bezeichnet als Dinge die einem dazu bringen dass man verflucht ist und wie gesagt wenn jemand etwas getan hat so in dieser Hinsicht sagt man er er ist verflucht nein er wird verflucht werden von den Menschen wenn er so etwas getan hat genauso wenn man sieht dass jemand zu einem toten Menschen betet bei einem Grab oder irgendwo anders dann sagen wir auch nicht die Person ist Muschrik sondern wir sagen das was er tut ist Shirk und er sieht so aus als er Muschrik und wenn er sich daran wenn man ihm wenn es kann sein dass er nicht weiß dass er nicht tun darf und so fort wie gesagt man darf nicht über eine bestimmte Person sagen er ist Muschrik oder Munafiq oder Mal'un oder sonst irgendetwas es sei denn man hat das verstanden und sie bleibt immer noch an diesem Glauben zum Beispiel wenn ein Jude oder Christ kommt Jude oder Christ können nicht über ihn sagen als Musste wir wissen wenn er als Jude oder Christ geboren ist und er diesen Glauben verinnerlicht hat und Jude und Christ ist dann wissen wir er ist Kaffe er ist kein Musste das können wir mit Gewissheit sagen das ist sein Glaube aber wichtig ist jetzt besonders in Bezug auf Muslime die bestimmte Sünden begehen dass man sie nicht aus dem Islam raus wirft nur weil sie eine bestimmte Sünde begehen das ist gefährlich das heißt Götzendienst ist allgemein gefasst in Bezug auf alles was angebetet wird außer Allah alles alles seien es wie wir gesagt haben wie Ibn Qayyim gesagt hat seien es sei es ein 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 wirklicher Götzen den man anbetet eine Statue oder so etwas oder sei es ein Gelehrter den man gehorcht in Dingen denen man nicht gehorchen darf weil er einem sagt was Halal und Haram ist obwohl er falsch ist was er sagt er sagt das Halal ist Haram das Haram ist Halal und man glaubt ihm und weil man zufrieden in dieser Sache zum Beispiel in Deutschland die Regierenden sagen man darf Zinsen nehmen ein normales Geschäft wer jetzt sagt weil die Regierenden es erlaubt erklären ist es auch Halal das ist eine von Tauhut das ist keine Frage aber ich meine das ist für uns entscheidend wir wissen zwar dass sie es erlaubt haben aber nur dass sie es erlaubt haben ist nicht Halal geworden und das ist sehr wichtig in Bezug auf interne Sachen interne Sachen im Islam und zwar hat der Prophet gesagt es kann sein dass zwei von euch zu mir kommen damit ich zwischen ihnen richte es kann sein dass zwei Streitende zu mir kommen damit ich eben ihnen richte und dann sagt er es kann aber sein dass der eine besser reden kann als der andere siehe Anwälte und so etwas kann sein dass der eine kann besser reden als der andere dann sagt er und dann kann es passieren dass ich als richter dem einen muslim ein recht gebe was eigentlich dem anderen gehört und dann sagt der professor wenn ich das tue oder sagt der soll es dann nicht nehmen wenn ich ihm ein recht zuspreche was dem anderen gehört denn er sagt wenn ich das tue dann habe ich ihm ein Stück der Hölle gegeben deswegen soll das nicht nehmen und als der Professor das einmal passiert ist haben die zwei sahabe das gehört haben weil sie sich gestritten haben eine bestimmte Angelegenheit und als der Professor das gehört hat gesagt hat dann ist jeder von ihnen aufgestanden hat gesagt mein recht gehört ihm weil sie Angst gehabt haben etwas zu nehmen was ihrem Bruder gehört und darin ist was mich besonders interessiert in diesem Hadith den ich erwähnt habe ist die Tatsache dass nur weil ein Richter etwas dir gibt ein Recht gibt in diesem Leben das heißt noch lange nicht das ist viele Menschen sie gehen zum Gericht und sagen der Richter hat mir das gegeben und sie wissen im Herzen sie wissen ganz genau was sie bekommen haben steht ihnen eigentlich gar nicht zu ist haram und deswegen dürfen sie es nicht nehmen und deswegen die einzige Möglichkeit wie man als gläubiger Mensch wirklich gläubig sein kann ist indem man an Allah und den jüngsten Tag glaubt deswegen sagt der Professor immer wer an Allah glaubt und den jüngsten Tag denn wer an den jüngsten Tag glaubt der weiß dass die Geheimnisse die er diesem Leben hat entlüftet die man gehabt hat und deswegen kann es nur auf dieser Erde Frieden geben unter den Menschen wenn sie glauben haben an Allah und den jüngsten Tag denn du kannst in diesem Leben vom Gericht flüchten von der Polizei flüchten von den Leuten flüchten und ihre Rechte wegnehmen aber am Tag der wahrscheinlich geht das nicht mehr und wer nicht an das hinsetzt glaubt er wird unheil stiften auf Erden er glaubt er wird nicht gefasst werden er glaubt er kann entkommen und der glaubt er kann nicht entkommen der wird es auch nicht tun und deswegen kann es auf dieser Welt nur wirklichen Frieden geben wenn die Menschen an Allah und den jüngsten Tag glauben neuntens die gewaltige Angelegenheit oder die gewaltige Stellung der drei Verse der drei nicht abrogierten Verse von Surat Al-An'am die wir erwähnt haben wo Abdullah gesagt hat wer das Testament oder Vermächtnis der von Muhammad sehen möchte lesen möchte der soll die folgende Phase lesen das haben wir erwähnt und der Beweis dass sie nicht abrogiert sind ist abrogiert heißt aufgehoben es gibt Verse im Koran sie gibt es noch aber sie gelten nicht mehr für uns und diese Verse die Abdullah vorgelesen hat sie gelten noch und der Beweis dafür ist dass er gesagt hat das Testament das Vermächtnis von Muhammad worüber sein Stempel ist das heißt er ist gestorben das gilt noch bis zum Tag der Auferstehung zehntens die nicht abrogierten Verse von Surat die Nachtreise und das ist die Aussage Allah subhanahu und ta'ala waqada rabbuka an la ta'abudu illa iya und dann hat bestimmt dass ihr nur ihm dienen und zu den Eltern gütig sein sollt und das geht weiter bis die Aussage und ebenso die Aussage Allah subhanahu ta'ala bis er sagt es bis zum Vers also beginnt gescholten gescholten und im Stich gelassen werden und ebenso die Aussage Allah subhanahu ta'ala Wer immer das schnell eintreffende will also das diesseits dem gewähren wir darin schnell was wir wollen demjenigen den wir wollen hierauf haben wir für ihn die Hölle bestimmt der ausgesetzt sein wird mit Vorwürfen behaftet und verstoßen mit Vorwürfen behaftet und verstoßen Allah subhanahu ta'ala erinnert uns daran und weist uns darauf hin und sagte in Bezug auf die Verse die er erwähnt hat um das zu betonen wie wichtig die Verse sind die er hier in Surah Erwähnt hat sagt er am Ende der Verse das ist was von dem das ist etwas von dem was dir dein Herr an Weisheit eingegeben hat und das umfasst somit alle Verse die vor erwähnt worden sind im Surah und er begann damit er begann natürlich mit dem Tawhid das war der Grund warum der Vers erwähnt worden war und er beendete diesen Vers mit der Aussage Allah subhanahu wa ta'ala la taj'al ma'allahi ilahan akhar fatak'uda madmuman makhzula und das weist darauf hin ich lese mal vor setze neben Allah keinen anderen Gott sonst wirst du gescholten im Stich gelassen dasitzen und auch das Wort dasitzen weist auf eine weitere Ernährigung hin und zwar dass er nicht einmal steht in der stehenden ist höher als der sitzende und der sitzende ist noch mehr erniedrigt als das stehende und er ist getadelt er wird getadelt in die Hölle geworfen und er wird auch verstoßen werden und er wird im Stich gelassen werden sogar schon im Diesseits noch vor dem Jenseits die erste Errungenschaft ist der Vers aus Sura Nisa er sagt die Ayet aus Sura Nisa die Tussam Ayet Al-Hukuq Al-Ashara und zwar der Vers von Sura Nisa der als der Vers der Rechte der Vers der Zehn Rechte bezeichnet wird wo Allah anfing und sagte und dient Allah und gesellt ihm nichts bei so ist das eheste Anrecht das wichtigste Anrecht Allah ist eben der Tauhid und danach kommen erst alle anderen Rechte und alle anderen Rechte erhält man erst wenn man dieses Recht Allah gegeben hat alle anderen Rechte von Allah erhält man erst wenn man dieses Recht Allahs ihm gegeben hat den Tauhid und deswegen als Hakim Ibn Hizam Radiallahu Anhu den Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam gefragt hat darüber dass man in seiner Jahiliah hat man vielleicht Sadaqa gegeben hat man gefastet oder gebetet oder man hat auch Sklaven freigelassen und man hat auch die Verwandtschaftsbande gepflegt und er fragte also jemand der so etwas tut bekommt er Belohnung für das was er damals getan hat und dann sagt der Gesandte Allah Sallallahu Alaihi Wasallam Aslamta Ala ma aslafta min al khair Aslamta Ala ma aslafta min al khair der Hadith ist beim Muslim und ich habe ihn versucht zu übersetzen mit der Bedeutung und zwar du hast den Islam angenommen und das Gute was du hinterlassen hast mitgenommen und das Gute was du hinterlassen hast mitgenommen eine Auslegung dieser Aussage des Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam ist dass man belohnt wird für das was man früher getan hat ganz einfach man wird wenn man Muslim wird belohnt für die guten Sachen die man getan hat als man kein Muslim war eine zweite ist dass man einfach diese dass man die guten Charaktereigenschaften beibehält die man getan hat früher man wird sie auch noch in Zukunft weiterhin tun und eine dritte Aussage ist in Bezug auf diesen Hadith ist dass man den Segen der guten Taten dass der Segen der guten Taten die man in seiner Jahiliah getan hat einen noch einholt bis man also bis zum Ende seines Lebens noch einholt und als Muslim profitiert man noch vom Segen von der Barakah der guten Taten die man verrichtet hat na achtzehntens der Hinweis auf das Vermächtnis des Gesandten Allahs Sallallahu Alaihi Wasallam bei seinem Tod denn das ist im Hadith von Ibn Nas'ud den wir erwähnt haben erwähnt doch in Wirklichkeit hat der Prophet nicht ein Vermächtnis irgendwie geschrieben oder hinterlassen sondern er hat folgendes gesagt er hat uns darauf hingewiesen dass wenn wir uns an das Buch Allahs halten dann werden wir niemals in die Irre gehen und unter anderem weist darauf hin der Vers in Surah An'am den wir erwähnt haben Vers 151 dreizehntens dass man das Recht Allahs uns gegenüber kennt eben dass man ihm dient und ihm nichts beigesellt vierzehntens dass man das Recht der Diener in Bezug auf das Recht Allahs Entschuldigung dass man das Recht der Diener in Bezug auf Allah kennt also dreizehntens was ma'rifatuhakillahi alayna das Recht Allahs in Bezug auf uns und vierzehntens ist das Recht der Diener in Bezug auf Allah wenn sie ihr Recht Allah geben und zwar dass Allah subhanahu wa ta'ala niemanden bestraft wenn er ihm nichts beigesellt aber wer Allah etwas beigesellt so läuft er darauf hinaus und läuft er auf die Gefahr hinaus dass er bestraft werden wird von Allah subhanahu wa ta'ala fünfzehntens die Aussage dass diese Angelegenheit die folgende Angelegenheit niemand kannte außer wenigen von den Gefährten oder wortwörtlich übersetzt dass diese Angelegenheit die meisten Sahaba nicht kannten dass diese Angelegenheit die meisten Sahaba nicht kannten welche Angelegenheit und zwar im Hadith von Ma'ad-ebn-Jabal wo er hinter dem Fehl auf dem Esel saß und der Professor wurde gefragt soll ich das nicht den Menschen verkünden und dann sagt er nein er sagt er nein das weist darauf hin dass die meisten Sahaba davon nichts gewusst haben und dass Ma'ad-ebn-Jabal einer der wenigen war die es gewusst haben vielleicht der einzige war der das gewusst hat aber wann hat Ma'ad-ebn-Jabal das erzählt den Menschen bevor er gestorben ist bevor er gestorben ist hat er den Hadith weitergegeben und zwar ist es ein Hadith er hat es weitererzählt aus Angst davor eine Sünde zu begehen denn er hatte Angst davor das Wissen für sich selbst zu behalten wenn er gestorben wäre wäre der Hadith verloren und deswegen hat er diesen Hadith weitergegeben und Ma'ad-ebn-Jabal hat verstanden was der Prophet meinte er hat verstanden der Prophet was er meinte nicht dass das Wissen geheim gehalten werden soll sondern gemeint ist damit dass wenn die Menschen davon alle erfahren dann kann es passieren dass viele von ihnen nicht mehr beten werden oder ihre Handlungen werden sie nicht mehr verrichten das ist der Grund und Ma'ad-ebn-Jabal hat das auch verstanden weil hätte der Prophet s.a.w. gewollt dass niemand das weiß dann hätte das niemandem gesagt aber weil das Ma'ad erzählt hat Rado A'lhu heißt es er wollte dass das Wissen nicht verloren geht aber er wollte nicht dass alle es einfach so erfahren 16. das ist manchmal und zwar für eine gute Sache darf man Wissen für sich selbst behalten geheim halten manchmal ist das Geheimhalten von Wissen eine gute Sache und das ist nicht immer erlaubt sondern da gibt es auch Drohungen im Hadith und zwar wer nach Wissen gefragt wird und es für sich selbst behält dem wird Allah am Tag der Auferstehung Zügel Zügel aus Feuer anziehen das ist wenn man nach Wissen gefragt wird und es für sich selbst geheim behält aber dieser Hadith und auch andere weisen darauf hin dass das Geheimhalten von Wissen manchmal richtig ist und gut ist aber nicht allgemein aber nicht allgemein ähm na und hier hat der Prophet s.a.w. dieses Wissen selbst geheim gehalten gegenüber den meisten Sahaba außer Mu'adib und Jebal vielleicht ein paar anderen ja aber das hat er geheim gehalten also was hat er Sinn gemacht na und ebenso ist die Aussage äh wie heißt es die Aussage wie heißt es von Abu Hurayra äh radiyallahu anhu überliefert wo er wo er gesagt hat dass der Prophet gesagt hat bachir verkündet den Menschen die frohe Botschaft äh dass derjenige der gesagt hat la ilaha illallah khalisan min kalbihi dachala jannah dass derjenige der gesagt hat la ilaha illallah äh aus reinem aufrichtigen Herzen der wird ins Paradies eingehen der wird ins Paradies eingehen der Hadith ist äh in Al-Bukhari und deswegen wenn man Angst davor hat dass eine bestimmte Person eine Tat hinterlässt und nicht verrichtet dann soll man diese Person diese Sachen äh nicht mitteilen und ebenso der Prophet hat zum Beispiel äh wir wissen alle dass die Kaaba in Makkah äh wie sie heute gebaut ist so war sie nicht gebaut worden zur Zeit von Ibrahim a.s. sondern die Kaaba wie sie Ibrahim Ismail zusammen gebaut haben war größer als jetzt wie sie jetzt gebaut ist war größer und zwar von der Richtung äh wo jetzt das Becken ist was die Leute als Hijjah Ismail bezeichnen äh obwohl es dafür äh Wallahu alam kein kein gibt kein Beleg dafür dass es so heißt auf jeden Fall äh wenn man vor der Kaaba steht und die Tür vor einem ist die Tür vor dir ist ganz genau dann ist rechts äh sieht man ein kleines Becken oder ein Becken auf jeden Fall und äh in dieser Richtung Richtung des Beckens da hat vielleicht die Kaaba in Wirklichkeit noch ein bisschen größer ja das heißt die Kaaba hat ja vier Ecken und die Ecke wo der schwarze Stein ist ist richtig die Ecke wo die jemenitische Ecke neben dem schwarzen Stein links am schwarzen Stein ist auch richtig aber die anderen zwei sind eigentlich in der Kaaba drin und und wie die und die Qurayshiten die haben bisher die Kaaba wie heißt es abgerissen und nochmal neu aufbauen wollen zur Zeit als Mohammed schon gelebt hat aber er war noch kein Prophet äh und und dann ist ihnen das Geld ausgegangen und deswegen haben sie die Kaaba kleiner gebaut als sie eigentlich ursprünglich mal war und sie hatte auch zwei Türen gehabt eine Tür wo die Leute reinkommen eine Tür wo sie rausgehen und danach hat sie jetzt nur noch eine Tür gehabt erhöht vom Boden so dass nur diejenigen reingehen können die die Qurayshiten reingehen lassen wollten und deswegen hat der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam im Hadith äh uns mitgeteilt und gesagt dass Entschuldigung der Hadith bei Muslimen den ich vorhin erwähnt habe ja äh und zwar der Hadith den ich gerade erwähnt habe über die Kaaba der ist bei äh Al-Bukhari und deswegen sagt der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam also als Begründung dafür dass er die Kaaba nicht nochmal abreißt und nochmal aufbaut dass die Begründung war weil die Qurayshiten äh waren erst neue Muslime sind erst vor kurzem zum Islam übergetreten und hatte Angst dass wenn er die Kaaba abreißt das wäre eine Fitna eine Verführung für die Leute so dass sie vielleicht wieder vom Islam abfallen das war der Grund warum der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam nicht die Kaaba nochmal neu gebaut hat auf den äh Grundmauern von 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 die die wer ist es Ibrahim und Ismail hochgezogen haben siebtens es ist etwas Schönes seinem muslimischen Bruder äh eine Botschaft mitzuteilen die ihn erfreut das wissen wir aus diesem äh Hadith denn das hat der Prophet das hat das hat Mu'ad ibn Jabal gesagt soll ich den er hat den Hadith gehört das erste was er gesagt hat er hat gesagt soll ich den Menschen nicht diese tolle Botschaft verkünden also das weist auf den großartigen Charakter von ihm hin radiyallahu anhu und Arda achtzehntens dass man sich davor fürchten soll sich auf etwas zu stützen oder etwas zu verlassen äh sich auf einfach auf die große Barmherzigkeit Allahs zu verlassen und nichts mehr zu tun achtzehntens dass man die Angst davor die Angst davor die Angst davor so muss man es formulieren die Angst davor sich auf die große Barmherzigkeit Allahs zu verlassen gemeint ist dass man dann nichts mehr tut man sagt ach Allah wird mir schon vergeben man begibt einen Sünde ach Allah wird schon vergeben Allah ist alles vergeben Barmherzig und das sagt man bei jeder Sünde und in Wirklichkeit ist man dann der größte Sünder weil man macht alles was man will und Sünder Schätan verführt einen und man macht dann die ganzen Sünden dann das Gegenteil ist Verzweiflung das Gegenteil ist Verzweiflung dass man sagt Allah wird mir nicht vergeben und deswegen ist er bekannt und den Ulamat manche haben gesagt man soll mehr Angst haben manche haben gesagt man soll mehr Hoffnung haben und Imam Ahmed Rahimallah sagt etwas Schönes er sagte man sollte in Bezug wenn man sich auf Allah wenn man zu Allah kommen möchte soll man immer sich irgendwo aufhalten zwischen Angst und zwischen Hoffnung sobald eines davon überwiegt geht man zugrunde hat man zu viel Hoffnung geht man zugrunde hat man zu viel Angst oder nicht Angst sondern also Verzweiflung und hofft nicht mehr auf Allah geht man zugrunde beides darf nicht zu viel sein es muss ausgewogen sein sagt er Rahimahullah und wie dem auch sei und manche haben gesagt wenn man krank ist dann soll man Hoffnung haben und wenn man Sünden begeht dann soll man oder Entschuldigung wenn man krank ist soll man Hoffnung haben und wenn man gesund ist dann soll man eher Angst haben und andere haben gesagt wenn man wie heißt es über Allahs Rahmah spricht dann soll man Hoffnung haben wenn man über Allahs Strafen spricht dann soll man Angst haben und sie begründen es mit der Aussage Allah subhanahu wa ta'ala in Surat Al-Uminun er sagte über die Gläubigen er sagt über die Gläubigen und die geben was sie geben während ihre Herzen sich davor ängstigen weil sie zu ihrem Herrn zurückkehren werden also sie haben Angst davor dass obwohl sie Sadaqa geben für Allah haben sie Angst davor dass Allah die Sadaqa nicht annehmen wird und eine Bekannte ist dass man eben wenn man eine Sünde begeht dann soll man Angst haben und wenn man eine gute Tat begeht dann soll man Hoffnung haben dass Allah annimmt und auch der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat als ihm etwas Gutes widerfahren ist eine Frohbotschaft verkündet und zwar als sein Sohn geboren war Ibrahim geboren war dann sagte er wulida liya laylata waladun sammeytuhu bismi abi Ibrahim heute Nacht ist mir ein Sohn geboren worden ich habe ihn nach meinem Vater Ibrahim genannt und der Hadith ist bei Muslim und das ist eine Frohbotschaft hat es den Menschen mitgeteilt und genauso subhanallah natürlich wenn man einem Menschen eine gute Botschaft mitteilt dann freut er sich und das gehört zu den guten Taten und genauso übel ist es wenn man einem Menschen eine schlechte Tat mitteilt eine schlechte Tat mitteilt und deswegen sagte der Gesandte Allah ein Hadith auch wenn er umstritten ist auf authentisches oder nicht aber die Bedeutung ist korrekt er sagte er sagte umstritten ist aber Sheikh Ahmad Shakir er hat gesagt der Hadith ist sahih wie immer sei die Bedeutung ist ein für alle Mal richtig und man sollte seinem Bruder nichts ist das schlechtes bei einer anderen Person erzählen außer eine Notwendigkeit aber die Notwendigkeiten sind wenig manche Leute machen die Notwendigkeit zur Regel die Notwendigkeit ist eine Notwendigkeit und Regel ist dass man eben sowas nicht macht natürlich gibt es viele Vorteile dafür aber das brauchen wir nicht im Einzelnen erwähnen neunzehntens wenn man gefragt wird und nicht weiß sagt man was entweder ich weiß nicht oder Allah weiß besser Bescheid oder wie Mu'ad Allah also am besten sagt man Allah weiß am besten Allah weil der Prophet hat schon gestorben deswegen braucht man nicht Allah das haben sie gemacht weil sie haben ihn angesprochen und er weiß am besten Bescheid dass man das auf jeden Fall sagt und der Prophet hat es nicht das ist keine Form des Schirk warum sage ich das weil einmal hat der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam gehört wie jemand gesagt hat zu ihm MashaAllahu wa shiit jemand hat zum Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam gesagt es wird geschehen was Allah will und du willst und dann hat er gesagt Aja'altani lillahi niddan hast du mich etwa zu einem Partner mit Allah gemacht er sagte was Allah will alleine das geschieht und das war die Aussage des Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam und der Hadith ist unter anderem bei Imam Ahmad und Ibn Majah und die Begründung ist weil was geschehen wird das weiß niemand außer Allah subhanahu wa ta'ala aber in dieser Aussage Allah weiß besser Bescheid und der Prophet Allahu wa Rasulu a'lam Allah und sein Gesandter wissen besser Bescheid das ist kein Problem weil der Prophet weiß besser Bescheid tatsächlich und Allah auch deswegen ist es keine Gleichstellung oder so etwas und jeder weiß dass der Prophet wusste es nur weil Allah es ihm beigebracht hat aber in der anderen Aussage es wird also geschehen was Allah will und du willst es wird nur geschehen was Allah will nicht was der Prophet es sei denn es stimmt überein na und das beweist daraufhin dass der Prophet mehr Wissen hat als der Fragende logischerweise na ok 20. dann sind wir gleich am Ende ich habe ja gesagt 24 es ist erlaubt dass man manchen Menschen etwas an Wissen mitteilt und anderen Menschen nicht mitteilt denn diese Aussage hat der Prophet salallahu alaihi wa sallam geteilt und Abu Bakr wusste nichts davon und Umar nicht und Uthman nicht und Ali nicht raduallahu anhu ma'am und das hat seinen Grund der Prophet weiß warum er das getan hat und der Prophet salallahu alaihi wa sallam hat bestimmten Leuten etwas erzählt was andere Leute nicht erzählt hat er hat nicht jedem alles erzählt und man muss aufpassen wenn man was sagt und das ist wichtig aus diesem Hadith zu entnehmen denn der Prophet Abdullah ibn Mas'ud hat gesagt er sagte er sagte im Hadith bei Muslim sagt er Abdullah ibn Mas'ud selbst spricht das heißt der Hadith ist Mokuf er sagte wenn du jemandem oder wenn du einem Volk oder einer Gruppe von Menschen etwas mitteilst was sie nicht begreifen können dann ist es für manche von ihnen eine Verführung eine Fitna eine gefährliche Sache sie verstehen es falsch und so weiter und so fort und Ali raduallahu anhu raduahu sagte der Hadith bei al-Bukhari das ist auch Hadith Mokuf der Sahabi sagt das nicht der Prophet hat es gesagt der Sahabi sagt das Hadithu al-Nasa bima ya'rifun er sagte er erzählt den Menschen etwas was sie wissen gemeint ist was sie begreifen können und nicht dem Menschen etwas mitteilen was er so nicht verstehen kann und deswegen jedem Menschen teilt man das mit was er was sein Verstand aufnehmen kann 21. die Bescheidenheit unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam dass er hinter sich jemanden reiten lässt sallallahu alaihi wa sallam und und dass er auf einem Esel reitet wenn er wollte würde er auf irgendwas anderes reiten auf einem Kamel ist ein Pferd er könnte sich tragen lassen die Leute würden ihn tragen und man kann nach Medina zweifellos aber er macht es nicht sallallahu alaihi wa sallam und noch schöner ist dass er auch nicht nicht gelaufen ist weil wenn er gelaufen ist würden die Leute vielleicht denken es ist noch mehr bescheiden zu laufen nein aber Allah hat diese Tiere erschaffen Allah hat diese Reiztiere erschaffen dass man sie benutzt aber du musst nicht immer das Beste haben das reicht auch wenn du einen Esel hast sallallahu alaihi wa sallam und 22. dass man es ist erlaubt es ist erlaubt dass man auf seinem Reittier eine zweite Person reiten lassen darf jetzt sagt man sich warum soll es nicht erlaubt sein der Grund dafür ist weil man darf das nur tun wenn es dem Tier nicht zu schwer fällt es kann sein dass das Tier nur eine Person aushält dann darfst du keine zweite darauf tun 23. und zwar die gewaltige Angelegenheit oder die gewaltige Stellung dieser Angelegenheit und zwar dass eben Muad ibn Jabal der einzige Sahabe ist der diesen Hadith gehört hat das heißt diese Sache muss etwas ganz besonderes sein er wollte wirklich dass niemand davon erfährt außer den wenigen Menschen die es erfahren sollen und letztens und 24. die Vorzüglichkeit von Muad ibn Jabal und zwar dass der Prophet erstens Wissen gegeben hat was er keinem anderen Sahabe gegeben hat und zweitens dass er durfte reiten hinter dem Propheten auf einem Esel und das ist eine Vorzüglichkeit die nur den Sahabe und nur ein Teil der Sahabe zuteil werden durfte und wir haben uns das nicht total geworden Sallallahu alayhi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam wa sallatu wa sallam wa nabiyyya muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam